Hallo ihr Freunde, willkommen zur nächsten Black Ops 2 Zombie Modus Challenge heute auf Origins mit Urs, mit Lukas, mit Slushy Ja, heute Challenge ist folgendermaßen Boah, nice, maximale Mump Ja, und zwar dürfen wir nur die Standard Pistole, also die Mauser C96 und ausgebuddelte Waffen Ja, das war's, mehr dürfen wir nicht nehmen Also Granaten natürlich auch, also alles was wir schon zu Anfang haben, also Granaten auch, ist ja klar Aber wie gesagt, also nicht von der Wand, also außer man buddelt die Balliste aus, dann kann man sich Munition nachkaufen, das darf man Aber man muss sie erstmal finden So Jungs, wo gehen wir zuerst raus? Also wir, also wir dürfen die ganze Map, wir dürfen die ganze Map, äh, be, 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 laufen, begehen Auch alles machen, was wir schaffen, aber, ja, halt nur ausgebuddelte Oh, 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 er hat direkt den Remington, oha, oha Mein Gott, ich hab keine Waffe Ich kauf mal auf Also ich schlitze, ich, 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 er hat Jungs, ich empfehle euch, schlitzt euch die ersten Runden durch, ne? Ja, ich, ich buddel für, Waffen für euch Hier ist nur Granaten, ok Wir haben jetzt den Zombie-Blueter Fuck Er wird sterben Mal gucken, wie weit da komm ich Oh, nice Oh, double, 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 points, points Also Birchstab ist jetzt nicht erlaubt Gar, gar kein Stab ist erlaubt Wür, wür, also ich würd sagen, gar kein Stab Ne, weil man muss sich den ja nehmen Deswegen Den musst du dich auch dann auch zusammenbauen und so Ne, ne, nur, nur, nur Buddelwaffen, mehr nicht Oh, hier ist ne DSR für jemanden Oh, los, hol dir einer, hol dir einer, hol dir einer Wo? Ich weiß nicht, wo's das hier ist Sorry Was denn? Ich hab sie schon Oh, Mann Ist egal Wir kommen schon noch mehr, ne? Na, gucken, wie weit wir kommen Gib mir was Na, mal zwei, Alter Leute Weißt, ich buddel hier den größten Shit aus An, 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 an Perk und so Ich hab schon zwei Waffen aufgeboten Der kleine Lacker, Alter Es ist einer von uns hier Ja Und die eine hab ich Dingens gegeben Oder er gesagt hat, er sich die genommen Weil ich nicht wollte Weil ich zuerst wollte, dass andere Leute die nehmen Ihr macht den an Ich hab am meisten Geld von uns Ist das aufgefallen? Ja Ich hab gerade gekauft Äh, äh, Samtex sind nicht erlaubt Nur so, nebenbei, ja Nichts? Nein, nein, Samtex auch nicht Oh, nein Habst du dich gekauft? Nein, geht doch gar nicht So, hinten bei der Kirche Ne, Samtex kannst du auch hier vorne kaufen Hä? Loll Achso, ja, stimmt, stimmt Stimmt Ach komm, Doppel Ich find hier gar nichts, Alter Oh, es schneit, scheiße Jungs, buddelt nicht, wenn, wenn Buddelt nicht, wenn es schneit Weil sonst die, äh, Chance Nein, nein Ja, genau Deswegen, nee, weil sonst ist die Chance höher, dass wir Dass wir ein scheiß Stabteil kriegen Das wär kacke Äh, Schild Ja, nee, Schild auch nicht Äh, äh, nein Auch nicht Oh, Mann Schild auch nicht, nein Nope Äh, Crade the Pace dürfen wir auch machen Wie bitte? Klar Crade the Pace Jaja, klar, kannst du auch machen Wie du willst Oh, ich frag mich, wie das gleich mit Guido wird Ja Wird lustig, jemand hat ne DSR und jemand hat Hast noch gar keine Waffe Lol, Alter, bei mir Oh, nee, Scheiß, schneit ja Oh, ich hab ein 300er Ping, und zwar grad, kontinuierlich, ne Ah, der wird aggro Ah, guck, Zombie Oh, nice Nice Zombie Blut Okay, der erste Sound Hallo Ey, warum stirbt er nicht Ey, mein Ping ist bei 300, das ist doch kacke jetzt Alter Nice Max Mumpe Ja, Alter Kennst du Hadi schon länger? Ne, Abonnent Ja Eineinhalb Jahre bin ich so schon Abonnent Achso Tadadadadada Mach mal 4, ne Oh, wie ich nichts finde Der ist ein Abonnent Ja, genau wie Oost. Genau wie Oost. Boah, ich glaube ich bin toll mit dem Quick Revive, ne? Boah, der schickt zweimal auf mich ein hier. Boah, beendet mal die Runde, bitte. Ihr seid schon bei 4, Alter! Ja, ich komme jetzt einen Nogger, aber ich habe keine Waffe. Ja, stimmt. Nogger kann ich mir auch holen, das stimmt. Ich weiß aber jetzt noch eine Waffe. Ich noch nicht. Oh, hier ist ein Haufen, ich will aber nicht buddeln. Ich kann mir eine Schaufel holen. Jaja, klar. Crazy Perk darf man auch nicht nehmen, ne? Doch, klar. Random. Ja, meine ich ja random. Ja, klar, wieso nicht? Ist Perk. Ist Perk, na klar, mach doch. Bitte jetzt hier die Schaufel sein, sonst sterbe ich. Hast gehört, äh Slashy? Random Perk, da darfste. Na klar. Das sind ja Perks. Jetzt kannst du buddeln. Ja, Mann, komm bitte. Wo ist die Kackschaufel? Ey, ein Zombie, fuck. Äh, buddeln wollen wir. Kannst ihr mich hören? Bitte, ihr müsst mir helfen. Ich bin hier gefangen. Ich will doch mal nach Hause. Halt die Fresse, Samantha, halt deine verdammte Fresse. Ist nichts gestattet? Ähm, Mann, der Punch. Mann, wo ist die Kackschaufel? Muss ich erst auf die Kirche laufen oder wo? Also Kisten füllen und dann, ähm, Punch. Hinten bei Speed ist der Remington. Mhh, Punch? Ist der Punch erlaubt? Ja, komm, der ist erlaubt. Hier ist der Remington. Ja, doch, komm, komm, der Punch ist erlaubt, doch, ist. Wo ist die Remington? Ja, der hätte es leider eh nicht mehr bekommen, weil die war schon... Kauf jetzt Küche auf. Fast im Boden. Ja, Leute, ich weiß nicht, soll Schild erlaubt sein? Ja. Ich weiß nicht. Komm, komm, wir machen Schild mit. Schild ist ja nur ein Schild, ist ja keine, ist ja keine Waffe an sich. Aber das muss man bauen. Ja, und? Was denkt ihr eigentlich? Welche Runde kommt? Ja, eigentlich glaube ich. Welche Runde kommt? Den so? Ich hab ne Flister, wollte mich jetzt ärgern. Ne, ist ja gut. Ich weiß, aber nur will ein Headshots machen. Nein, bitte, du kannst die Munition nachkaufen. Oh, ne, ich komm da oben nicht am Instagram ran. Oh, bitte, schaff es, Mann, wie? Nee, ist er, wenn wir jetzt wieder lieber gehen. Ich komm da nicht ran. Ach, Scheiße. Oh, Mann, oh. Wo kommst du nicht an? An dem Scheiß. Jungs, dann holt mal bei euch da das Schildteil. Ja, komm, Schild ist erlaubt, komm. Schild darf, Mann. Es geht hier ja quasi nur um die Waffen an sich, die schießen können. Oh, Mann, ich hasse den Kackscher. Den wollte ich doch noch umändern, ey. Um mehr geht es ja hier nicht. Deswegen, äh, also Waffen wirklich nur ausgebuddelt, aber... Hallo Slashy, bist du tot? Ey, da schießt dreimal auf den Kopf mit der DSR. Da mit der DSR, Digga? Ey, meinte der Ballista. Wollte ich schon sagen, ey. Wo du bist da? Dreimal gegen den Kopf, oh Mann. Hä, wo liegt denn das Scheißteil? Hab ich was? Äh, lol. Ah, das kann ich leider nur warten. Ah, ich kann mal die Chat umändern. Okay, mein Ping ist bei 74. Danke. Oh, ein Haufen! Ah, Granaten! Scheiße! Ey, Junge, das kann dir keiner heben, bitte. Kommt schon, Jungs. Ich bin doch schon da. Ich bin schon gleich da. Ich hab's gleich geschafft. Ich muss dann durch den Schlamm rennen. Was war die noch am Ende? Was war das dann noch? Hippin, Hippin! Komm, bevor er doch weg ist! Boah, Alter, wie knapp. Ja... Ja, echt? Ist er weg? Ne, er hat's... Jetzt fähren wir den Lager. Maxis Drohne darf man nicht benutzen, weil die schießt. Weil die ballert. Achso, ja, ein Schild kann man doch auch schlagen. Ja, aber er ist eigentlich nur ein Schild. Und der schießt nicht. Mit dem kannst du höchstens zuhauen. Und das Messer darfst du auch benutzen. Na klar. Deswegen zählt Schild quasi als Messerwaffe. Darf man auch sich den Schlagring machen? Den Punchring, ja, ja. Punchring auch. Ich seh' Flugzeug, hab's getroffen. Ja, bringt ja nix. Bringt ja nix jetzt. Das einzigste, was ich bringe. Zombie loot! Was ist von den Dings? Oh, wie ich keine Waffen finde! Ich hab ne Waffe. Ich werde beim ersten Mal buddeln. Ich hab noch mal die Ballister. Ich hab jetzt nur Zombies ausgebuddelt bis jetzt, ne? Fuck, Alter. Granaten brauche ich auch nicht. Hab keine Nogga, Vorsicht! Jungs, äh! Hinter euch, Jungs! Hinter euch kommen noch zwei, drei Stück jetzt gerade. Jungs, äh, wenn ihr noch Haufen seht und ihr, und ihr aber schon Waffen habt, dann lasst mir mal, dann lasst mir mal bitte n Haufen, weil ich brauch unbedingt, äh, ne Waffe, ich hab noch gar nix. Oh, der ist doch... Oh, der ist doch... Oh, fuck! Oh, man, nein! Sag nicht, wir schaffen das jetzt nicht mehr! Wie? W-was? Die Kiste? Nein, ich war von dem Fettsack, der, der jetzt gerade kommt. Was? Eins, zwei, drei, vier... Äh, wer kann ihn heben? Ich bin zwar da in der Nähe, aber... Wir sind unten bei Generator 1. Alter, wer hat aufgeschossen? Echt... Wer, wer liegt denn da? Wer war das? Was denn? Ich komm mal zu holen. Ich hab auf dem Zombie geschossen. Wer hat da aufgeschossen? Jetzt bin ich oben im Roboter drin, wird da elend verrekt. Wieso? Ach du, ach du, du bist dahin? Ach so, du bist da. Ich wundere mich schon, du bist fast bei mir gewesen. Jo, äh, Schild steht, ne? Sechs, wieder fünf, vier und vier. Schild steht. Schild steht, Jungs. Schild steht. Wo? Äh, in Labernogga, wie immer. Die Munition geht mir aus! Wo bin ich denn jetzt hin? Ja, ne. Und du hast immer noch keine Waffe, unser alter Freund. Ne, ne, ich hab immer noch die Mauser, mehr nix. Mehr nicht. Oh, da, komm. Schneid es! Es schneid nicht, es schneid nicht. Ach ja. Ich und Fusion haben vorhin Black Ops 1 gespielt. Keh nur der Tod ein bisschen. Okay. Wie ich keine... ...verkackte... ...Waffe finde. Wir werden jetzt alle sterben. Mein Vater war so nah dran. Er sagte, du hast die Schritte bevor... ...werden wir alle sterben. Wegen Specken. Ja, dann halt, ja, dann dürft ihr nicht zur Runde... Ach, Kacke. Komm, ne Waffe, Alter. Können wir auch noch in dieser Runde vielleicht alle, alle Generatoren anmachen. Punchen oder was? Ja. DSR soll auch? DSR, wenn du so ausbuddelst, na klar. Ich hab so doch ausgebuddelst. Der hat eher gepunst, oh mein Gott. Ja, du kannst auch ne DSR Punch, wenn du es schaffst, ne? Ich weiß, ich weiß. Oha, ich bin rot. Oha, ich bin rot. Ich blute. Haha, lauf. Wenn hier noch mit ne Mauser rumrein kein Wunder sind. Oh, bitte. Komm, ne Waffe, Alter. Ja, ne Mauser. Munition, immerhin. Ich mach, äh, 5 an, ja. Also da bist du. Boah, dann kann ich mir gar nicht eigentlich Stamming nachholen. Boah, ich glaub ich hol mal auch Stamming ab, ne? Um wegzurennen. Das ist echt nice. Also echt nützlich. Hier ist ne Dingens. Was, was, was? Ne Shotgun. Oh, wo? Warte, ich hol, ich hol, ich hol. Ja, nimm du. Hab sie. Schnell rein da wieder. Rein, 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 rein. Weg, rein, rein, rein. Rein, rein, rein. Boah. Will meine Punkte wieder haben, ne? Ja, ne Schrotze, Alter. Nice. Ne Schrotze. Ne Schrotzgun. Ne Schrotzgun. Ne Schrotzgun. Ey, Sniper, wenn du ne DSR hast. Soll ich ihn nehmen? Was denn? Ne Nuke? Ja, hol, ja klar. Ja klar, mach. Digga. Jetzt hier ist ja mehr Magie. Also hier brauchen wir viel mehr Magie als alles andere. Ich bin reingesperrt, aber sie schlagen mich nicht. Echt nicht, lol. Ja, ja, weil Nuke. Weil, weil, weil Nuke deswegen. Ja, aber auch so schlagen die mich irgendwie nicht. Keine Ahnung. So, ich hab jetzt. Hol einfach, komm, mach. Boah, Jungs, jetzt kommt aber Gaido, ne? Ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Munition. Ich hab gar nichts. Ich hab nur einen Chilled. Granaten, fuck. Ich bin Logger und gar nichts. Hier ist noch ne Remington. Geil. Wo? Boah, ich hab keine Munition. Achso. Ja, 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 klar. Wenn man selber braucht, dann muss man geiern. Ge-Ge-Ge-Ge-Geht nicht anders. Ah, Blutgeist. Geht nicht anders. Boah, Gaido kommt jetzt, ne? Ja, Alter, fuck. Wir sind tot. Ich hab ne Remington für euch. Jungs, einer. Nach unten. Ja, ja. Was heißt wo? Ich kann nicht sagen. Zum Punch. Kommt hier runter. Schnell. Sonst muss ich sie nehmen. Oh, Jungs, sie geht weg. Oh, Jungs, sie geht weg. Ja, sie ist schon weg. Ja, die ist so schnell weg. Die ist weg. Guido, was freut mich? Kann ich rennen? Immer schön rennen. Immer schön rennen. Immer schön die Beine in die Hand nehmen. Ich kann im Fall gar nichts machen. Ich hab keine Munition. Oh, ich hab ein Schild. Stimmt. Jungs, ich ändere mal kurz die Regeln. Samtex ist nur wegen Guido erlaubt. Gido kommt. Oh, scheiße. Warum lockst du ihn auch her? Ich wollte eigentlich... Ich hab nichts damit gemacht. Der war gar nicht hinter mir. Oh, ne. Da sind viele. Ne, also Samtex doch. Weil, damit man Guido besser... Besser... Dingsen kann. Wegbekommen. Töten, ja. Ritter an mir vorbei. Guido ist an mir vorbeigerannt. Heffert mich nur noch. Auch an Zombies. Nein, er ist von mir! Wie er auskasselt. Ich bin aus der Kasse. Ach, geil. Das war's. Noch ne? Woll, warum töten wir den Tod? Ich war in dieser... komischen... Ey, ich hab den letzten Zombie bei mir, ne? Soll ich den umbringen oder noch warten? Ja, halt ja, den letzten. Der letzte Zombie ist ja bei dir. Bei mir sind noch fünf. Ach so, Leute. Ne, ich hab auch noch drei. Ich hab auch noch drei. Ich hab auch noch drei. Sorry. Ich hab mich da so rausgekalken. Ich bin aus dem Eingang der Katakombe. Aber nicht rausgekommen, leider. Granate! Du meinst bei mir, ne? Wichtig. Kann man jemand den anderen holen? Ja, wir haben ihn nicht schaffen. Ich renne ich dann immer Girol zu meiner Seite. Ne, bleib du weg von da. Schlechte Idee mit gar keiner Waffe. Oh, der hat mich, er hat mich. Oh, der hat mich nicht. Der hat mich nicht. Der macht ganz schön Schaden bei denen. Na klar, der ist erst Bombe. Weißt du, wenn du die ausgebuddelt hast, dann hast du gewonnen. Ne Ballista ist wiederum nicht so gut. Ne Ballista ist wiederum nicht so gut. Ich war zwei Meter von dir weg, vielleicht. Meine scheiße DSR. Wow, only ausgebuddelte Waffen, Perks, Schild und Semtex. Ja, ich finde das ist ne gute. Das ist ein gutes Regelbuch für diese Challenge. Doch, doch. Das passt schon. Wir haben Generator 3, kann das nicht kommen? Warum? Ach, bist du ganz down oder was? Ahhhh. Ich renne bei den Generatorn rum. Das ist in Perth, oh. Kann ich hier jetzt? Nein!